Sonntag, 18. August, 13 Uhr, Kais, Fritz-Walter-Stadion, RCFC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, 0-2-3. Lennart Grill, Jose Junior Matvila, Dominic Schatt, Philipp Hescher, Karlo Schicknicker, Janik Bachmann, Manfred Schkake, Timmy Thiele, Florian Peck, Christopar Hemlein, Christiane Kulweter, Marcel Egglstein, Benjamin Kessel, Nico Kiewski, Robin Zickele, Stefan N. Kanscha, Brent Nierig, Martin Kiewinski, Mark Hilberg, Mark Fistner, Nico Nick-Rischwitz, Mike Freikinzpern, 15 Flasonde, calmune. 13 Uhr, 48. ...